Bei Karosserie und Lacktolk ist Ihr Fahrzeug in den besten Händen. Das Berliner Unternehmen hat sich unter der Leitung eines Karosseriebaumeisters und eines Lackiermeisters als typenoffene Werkstatt auf die Reparatur und Instandhaltung von allen PKW-Typen und Kleintransportern spezialisiert. Dazu gehören Unfallreparaturen und Lackierarbeiten, die übrigens auch an Motorrädern durchgeführt werden. Zusätzlich können Boote und Alltagsgegenstände wie lackierfähige Möbelstücke in einem neuen Farbdesign gestaltet werden. Zu den weiteren Leistungen zählen Fahrwerksarbeiten, Achs- und Fahrzeugvermessungen sowie Scheibenreparatur und Austausch. Der Schadenkomplettservice beinhaltet die direkte Abrechnung mit der Versicherung, die Beteiligung eines regionalen Gutachters, Rechtsberatung durch ein Rechtsbüro, einen Leihwagen sowie auf Wunsch einen Hol- und Bringdienst. Qualität und Gewissenhaftigkeit haben hier höchste Priorität.